Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamel. Ich spiele heute World of Tanks. Ich bin jetzt gerade hier bei denen noch stehen geblieben, habe nur einmal gewonnen. Also Sterne 3 ist weg, jetzt ist noch Sterne 2 da. Vor allem war der noch der letzte, jetzt ist er der letzte. Keine Ahnung warum, aber ist halt so. Deswegen fangen wir mit denen an. Viel Spaß mit der ersten Runde. Ok, ich werde mal wieder als letzter gelistet. Kein Problem. Ich probiere jetzt ein bisschen taktischer zu spielen. Ich habe ja gestern oder die letzten vier Runden immer so auf Basis einnehmen gespielt. Und ich probiere jetzt, ein bisschen weiter hinten zu stehen und die mit der stärkeren Rüstung vorzulassen. Naja, oder nicht. Wenn die Angst haben. Einer muss es ja machen. Einer muss ja erkundschaften. Ah, geramm West-il von mir. Hörschlauer, komm und frei! Oh come! Wir haben sie voll erwischt. Noch so eine und die sind fertig. Den haben wir fertig gemacht. Juhu, mein erster Abschuss heute. Oder ne, vorhin haben wir auch schon mal einen abgeschossen. Aber für den Sonntag jetzt. Für dieses Video mein erster Abschuss. Wir haben sie voll erwischt. Das ist ja nur zwei da. Schweinerei. Was haben die anderen alle gemacht? Kette beschädigt. Was hätte die machen sollen? Es sind auch viel zu viele da gewesen. Schau uns den anderen nochmal an. Ui. Okay, das war die erste Runde für heute, für, 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 sonntag, sonntag, leider eine Niederlage, aber die anderen drei Runden werde ich bestimmt gewinnen, kann ja nicht sein, dass ich jetzt so heute nur noch verliere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist der 6 schlechteste, na gut, lass mal durchgehen, also dann, nächste Runde, gerade beinahe vergessen, Start zu drücken, mal wieder, ich glaube ich werde krank. Woher ich das weiß, ich verliere hier. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie. Wir haben sie. Jawohl, Mutter zerstört. Der ist erledigt, suchen wir uns ein neues Ziel. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Eine unserer Ketten wurde getroffen. Ah. Ich wollte ihn eigentlich kaputt rammen. So, Flagge einnehmen. Oder lieber helfen. Helfen ist besser, oder? Wir haben sie voll erwischt. Das Schild auf mich. Ja, schön. Nachladen. Ah, daneben geschossen. Nein. Nein. Ach Mensch. Schnell nachladen. Schnell nachladen. Schneller, schneller, schneller. Und, und, und. Jawoll. Ah, sippi. Sippi. Ah. Das war aber gut. Das war aber sehr schön. Bestimmt Zweiter. Und. Dritter. Ah. Vielleicht war ich ja trotzdem noch der Zweite. Auch wenn da die D3 steht. Ja, es ist, guck mal, ich war noch der Zweite. Und der Leopard hat 1414 Schaden. Ich habe 1352 Schaden. Und hier 100. Ich bin die Nummer 2. So. Dann weiter so. Zweite Runde. Bis gleich. Okay. Die nächste Runde. Die dritte. Übrigens meine ich gerade nicht mit zweiter Runde, sondern mit zweitem Sieg. Schwere Panzer. Soll ich hoch tanken? Oder lieber Klack einnehmen? Klack einnehmen, ne? Kann ich auch sagen. Da rein. Ich bin wahrscheinlich mit zweiter Runde. Soll ich schau' sie vertreten. Okay. Zehntank getroffen! Hier haben Sie! Volltreffer! Jawohl! Wir haben Sie! Unser Munitionslager wurde getroffen! Wir brennen! Ich hab das schon gelöscht! Boah! Aber ich hab ihn auch getroffen! Das ist ein völlig in Ordnung! Boom 1, 2, 3 Schaden! Oh, schade Untertitelung des ZDF, 2020 Die Name kommt da nicht weit mit. Okidoki, jetzt kommt die letzte Runde. Schauen wir nochmal vorher, auf welchem Platz wir stehen. Ich sag mal, ich bin so bestimmt Fünfter. Denke ich mal Fünfter. Oh, der Beste aus meinem Team. Sogar Dritter bin ich. Mein lieber Scholli. Hätte ich nicht gedacht. Ok, es geht weiter. Nächste Runde. Bis gleich. Und die nächste Runde geht auch sofort los. Ging aber schnell. Gerade mal nach hinten gelehnt. Auf einmal die Runde startet. Ok. Taktisch. Probieren taktisch zu spielen. Hm, das ist doch nicht. Noch so eine und die sind fertig. Gegner zerstört. Und? Rotor zerstört. Nice. Wir haben sie blöd erwischt. Sie haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Volltreffer. Eine unserer Ketten ist zerstört. Wir setzen fest. Was? Ok. Schon mal gut. Ich brenne. Ich brenne. Wir haben die Kette repariert. Fahr los. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Wir haben sie. So, das war alles. Nice. Sieg. Letzte Runde. Sieg. Dann bin ich mit den Franzosen auffällig. Aber leider war es das auch schon für heute. Und? Drei. Hm. Ist doch extra Punkte hier. Uh, 718. Schön. Dann kann ich bestimmt was ausrüsten. Der Beste aus meinem Team. Der war stärker als ich. Der Gegner. Egal. Trotzdem gewonnen. Gut. Dann würde ich mir sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tjaچo. Tja. 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 её Untertitelung des ZDF, 2020